Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig! Wir starten heute um 18 Uhr den FIFA Ultimate Team-Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Heute wird mal ein bisschen Ultimate Team gezockt. Vielleicht auch ein bisschen normales FIFA. Wenn ihr Bock habt, gegen mich zu spielen, einfach wieder in den Chat schreiben. Am besten euren Origin-Namen oder mich einfach adden. FreshFrice YouTube ohne E-Buy Origin. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr gleich dabei seid. Vielleicht schaffen wir heute schon die 75 Follower. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis gleich!